so jemals sicherlich immer so richtig so richtig wie man das halt macht als netter Junge dann lass das einfach so Blasrohr neuen Fernkampfschaden hallo ich würde jetzt gerne holy shit danke komm ich da hoch? ja so aber was schieß ich? so ich komm mal zu dir her oh ja ja er entwickelt sich mein Junge oh du lass dich wirklich leben ich weiß wenig leben aber viel leben das ist jetzt einfach ein Kamin ja der halte ich so traumhaft ich wollte eine Truhe bauen das ist ein Amboss hier ne Herbert ja ähm da hast du den wie hast du den gemacht aus Stein oder wie macht man den? aus Eisen aus Eisen ich brauch aber auch wieder Eisen um mir eine Truhe zu machen scheiße Alter wie hat der Musikbord bisschen Probleme? glaub ich hast du einen Windfang gebaut Jona? einen Windfang? was ist ein Windfang? ja so ein Vorflur wie ihr habt auch ach so ja klar standard Alter ich dachte da ist einer ach so soll ich einmal einballern das ist das Problem bei 2D nee nee geht schon so okay J ähm was ist das denn für ein Blitzel sind wir hier oben? grüner Schleimbanner nice Linse ist ja blöd so heißt auch ein Lehrer von mir nee ich mach das sozusagen dass in jeder Etage so ein Flur ist wo das sozusagen der Aufzug 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 bei mir geht der Aufzug durch die Mitte ab durch die Mitte weil es muss ja symmetrisch sein weißt da kann ich nur ist doch scheißegal ob das am Rand ist oder in der Mitte ist es auch ist es auch ich rede ja nur von mir selbst ähm dieser Schmelzofen ne das ist nicht dein Kamin ne nee gut wie hast du den Kamin gemacht? Kamin heißt wirklich Kamin wie hast du den Kamin gemacht? weißt du das noch? äh ich konnte den einfach machen nachdem ich den Schmelzofen hatte okay gucken wir mal hier rein hattest du den Schmelzofen im Inventar oder? nee den hab ich ja stehen nee da ist er nee Lagerfeuer oh nee auch nicht schlecht Spiralseil das ist quasi für zwischendurch ich kann zum Beispiel kein hast du den mit Ziegeln gemacht? was? äh ja mit Grau mit diesem grauen Ziegelstein ja wahrscheinlich ja das kann doch sein ja ja so ja das er zu einig ist gibt's hier Mülleimer oder sowas wo man Sachen reinschmeißen kann die man nicht mehr braucht das wäre glaube ich mein ach da unten ist ja ja einer haha geschütztkopferschwert und tschüss sehr geil und die sind nicht gleich weg die sind erst der wenn man das nächste raumschmeißt das ist ja mal super smart ich hab Leuchtstäbe und da ist Eisenerz ich kann ne Haftgranate bauen Haft aha gut gut zu wissen Jona Haftgranate was na ich hab Granaten und wenn ich da halt so ein Kleberzeug reinmache ja ich frage einfach gar nicht so Inventar sortieren ach guck das wird wieder Farbe sortiert ich flippe aus was ist das hier schnell stapeln in nahen Truhen ist ja auch süß ja hab ich auch schon irgendwie Farbe mitgemacht dann bauen wir mal weiter äh oh scheiße kein Holz mehr hab ich kein Holz mehr nein ich hab auch kurz gedacht das gleiche gedacht wie du Rüstungsstatue schick schick ja die ist irgendwie ohne ich hab das Gefühl aber gut ne wenn du keine Rüstung hast dann musst du auch keine Rüstungsstatue machen so richtig neißer Elevator Borealholzwand machen wir jetzt warte aber Konrad du brauchst nicht diese Holzdinge du kannst die Fackeln auch einfach an die Wand bauen ne ich weiß ich find das ich hab das gemacht das sind immer 10 10 Dinger sind dazwischen das hab ich gemacht für meine symmetrie beziehungsweise fackeln zu platzieren das ist auch symmetrisch das ist mir echt zu viel dann ja das mir eigentlich auch aber ich muss es machen das ist halt schon ganz schön krass machen wir jetzt mal diese Ketten ich kann das nicht verantworten ne aber ich will hier eigentlich also das hier vorne wo dieser Steinplatz ist dort soll sozusagen so ein das soll noch aus Marmor werden das sozusagen so ein Platz mit den ganzen Trophäen die wir über das Spielzeit sammeln also keine also keine die ich sammle dann halt ja okay weil immerhin als ich will nicht so was erreichen in diesem Spiel ich hab Träume und Pläne wann bekommst man ein Trophäen wenn du ein Boss besitzt die musst du ein Höhlengefühl finden so halt in Bibliotheken Höhlen unter der Erde da gibt's so schöne Bibliotheken weiß ich noch da wo die Gollums wohnen die Gollumse Gott Wollumse Ah jetzt hab ich gebaut Leider hab ich nicht hast du den Herr der Ringe Teil gesehen Konrad? ich wär enttäuscht von dir gibst du den bei Netflix? hast du Netflix? ja was für den Herr der Ringe Teil? den dritten guckst du grad irgendwelche Serien aktiv? ja Sherlock Sherlock? kennst du ähm Suits? Suits? ja liebe Grüße gehen raus an Martin nein noch nicht aber der sucht das ich hab das auch ich hab das auch ich krieg das ich war zwei Wochen krank wir haben es auch richtig sehr hart durchgesuchtet die ist sehr geil also die wird dir wahrscheinlich richtig gut gefallen ich hab sowas keine Zeit das ist mein Problem oder ich nehm ihr sie nicht das also so rum ja aber ja sockst lieber selber anstatt um was zu machen ne das nicht aber also wenn ich in der Woche um 5 Uhr nach Hause komme weiß ich nicht wie lang geht denn da so ne Folge? weiß ich nicht äh eine Folge boah das weiß ich auch nicht mehr ich glaub 40 ach das ist ja entspannt zwischen 45 und 30 Minuten weil bei Sherlock ist halt Serie äh also Spielfilmlänge und das sind immer so auch kurz hättest du dich jetzt voll der muss doch dabei sein dann kannst du nicht nebenbei oder so weil sonst raffst du das nicht ja und das äh also eine Staffel hat 20 Folgen ich glaub es gibt 5 Staffeln ja ich weiß was? selblich ich weiß das wird mir auch immer empfohlen auch tatsächlich bei Netflix Dreckweiß 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 so Kräner bis ein Fackel die Fertigungen Prozent johann die Stecks waren hier 100 oder tausend 90 abrufen abrufen also kommt immer auf die Sache an aber so normale Blöcke aus so mit der Ruhe weil ich habe ich auch ein paar Zoller zu ermitteln da hinten ja mach das mal ich seh ich bin nicht ganz so weit weg ich seh das eigentlich gerade sogar ich friere gerade ein bisschen ich weiß aber nicht woran es liegt in echt? ja wahrscheinlich in Terrarium ich weiß doch nicht ob es hier gibt ich muss mich an den Kamin stellen hätte er sein können so warte ich muss noch was gucken jetzt so voll in real life und so ja so was wie brauche ich jetzt noch eine dritte Etage ja komm was soll der Geiz ach ist schon ein Tag eigentlich? ne ne wieso leckt das gerade so bei mir? alter was los? hallo? ich glaube ich werde den Tag lol ich würde dir nicht so viel Alter ich habe hier gerade Daumen es leckt ja gar nicht es ist immer nur slow-mo oh das ist schon immer so nein das ist schon immer wahrscheinlich ist es schon immer so mir ist es noch nie aufgefallen warte ich geh mal kurz ums aber runter jetzt jetzt ah jetzt das war einfach ja das war mir so gerade sehr sehr larmarschig ja das ist schon besser immer noch hennig ist es irgendwie sehr da bist du die ganze Zeit so ah jetzt ah ah ja jetzt ist es gut oh ja okay so ähm dritte Etage genau das wollte ich machen und da geht er los der kleine Held aus einer langen Reise zieht ihm die unendlichen Weiten der zweite Lose sein will ja und dann das war's mit der Reise schaltet auf nächstes mal ein hallo auf scrollen danke ich hab noch ne Statue gefunden kann ich gleich dann wieder dahin bringen alter wieso hängt das denn so hinterher hier gerade ich werd irre ich glaub ich träume so zack oben uah ja doch doch tatsächlich doch man glaubt es kommen hallo oben warte mal kurz oben Terraria ist übel geil hab ich festgestellt ich war viel schöner war als in Minecraft wir sind gerade ein bisschen im Fieber ja besonders ich ja na das glaub ich nicht sie spielen jetzt seit ziemlich genau 90 Minuten echt? ja so wenig erst? ja wir haben ja schon noch für Jonas so wenig 50 Stunden da hab ich schon auf dem Buckel ich weiß nicht wohin diese Zeit gekommen ist da spielst du lahmarsch warum ist das gerade so lahmarschig hier das macht mich ja fertig verstehe ich wieso hampelt der Musikbord so rum bei mir hampelt er nicht rum bei mir hampelt er auch rum bei mir hampelt er auch rum bei mir hampelt er auch ganz wieder hampelt er ich höre gerade nichts vom Musikbord ich auch ach ne es ist die Terraria Musik ja ha 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 kann ich ja nicht wissen er sagt gar nichts im Musikbord also ich glaub der ist mir sehr überlastet in letzter Zeit vielleicht haben den viele Leute entdeckt ich hab den gleich auf meinem Server auch aber der geht eigentlich immer bisher auf deinem Server? du hast den Server hier? ja für unsere Klasse und unsere Spielgebung ich hab auch einen eigenen Server Ruben warum hast du keinen eigenen Server? Niemand spielt mit ja außer ihr ist ja nicht schlimm nein ihr mobben ist nicht zu viel ja wenn an der Seite da eigentlich steht online heißt das dass die auf dem Server sind und online sind oder? online heißt einfach nur dass sie gerade das heißt dass sie Discord anhaben irgendwo im Hintergrund Discord ist an Digger dann ist Discord gerade real ist grad Tag oh ich dachte immer ich dachte immer äh Stimmt ich wollte ja noch Holz holen ja das ist so das Wichtigste irgendwie fehlt mir die ganze Zeit Holz ey ja das mach ich auch immer immer wenn Tag ist Holz holen und wenn es Nacht wird in die Höhle schade dass man diesen diesen riesenberg nicht äh riesenbaum nicht fällen kann da will so schön viel Holz alter Spiel naja du kannst ihn schon fällen aber du musst ihn halt einzeln abbauen ne ja stimmt stimmt ja stimmt es ist so ich hasse es wenn jetzt so ruhig ist ohne Musik macht mich fertig ja ich find die Terraria Musik grad richtig schön ja aber ich sie auch mach doch die einfach an ja wir hatten wir auch aber auf Dauer nervt die halt ein bisschen ja ich wollte dir diese wunderschöne Starbound Musik anmachen das war eigentlich der der Sinn der Sache aber ich kann auch erstmal der Trigger es ist auch so dass sie synchron läuft ne ey komm man sieht bei dir die aber wirklich titten titten? wenn du genau hinguckst der Fahrrad hat ne weibliche Person als als Berachter hammer random Alter berät sich grad noch über die Musik da will ich halt da so rufstahn jetzt hab ich da ein bisschen genauer geguckt Ey, das ist ein Pixel, oder was? Ja, ja. Exakt. Ein Pixel-Titten, Alter. Köpfchengröße, ein Pixel. Ja, genau, Köpfchengröße. Ja. Oh Gott. Alter, das Spiel. Uh. Konrad macht immer, wenn er irgendwie Schaden bekommt, oder so macht er immer sehr weibliche Geräusche. Ja. Ich bin... Ich bin auch mal Polle und dieser Typ da. Egal. Ich hab nämlich auch so sehen, als Frau vorhin eingestellt rufen, deswegen. Dankeschön. Also wirklich auch so sehen, das war nicht mit Absicht. Ich wollte nur sagen. Ich habe noch viel Holz. Ich bin der Untat, Konrad. Äh, Jonah, mit einer Angel kann man angeln, richtig? Nee. Mit der Angel kann man... Aber wie lange mag ich, dass hier alles runterfällt? Wieso? Mit der Angel kann man... Nee, natürlich kann man mit der Angel angeln. Okay, ich hab mal kein Wasser hier gesehen, deswegen. Alter, ich schlafe gleich ein. Euer Haus wird ja richtiges Hochhaus, ey. Eier, heier. Bisschen Haus. Bisschen Haus. Eier Haus. Sag nicht immer euer, ich hab auch ein Haus. Achso, du hast auch ein Haus. Ich fühl mich gedemit. Gepeinigt. Weil wenn du... Wenn du genau vorm Baum stehst, den dann fällst, der macht so einen... so einen coolen Schwung, ey. Der wechselt immer seine Arme beim... beim Holzhacken. So einen Schwung. Das hat ein richtig krasser Dude. Ja. Dude. Das war halt wirklich. Dude. Dude. Ich kann jetzt übrigens stolz sagen, dass ich der Besitzer einer fast fertigen Fahrarbeit bin. Ja? Ja, also ich hab den Text jetzt heute zu fertig geschwungen. Achso, ja. Das ist eine Goldtruhe? Ja. Fertigmachen. Cool. Hast du schon Schlussbetrachtung? Ach, Konrad, du hast jetzt coole Holz, ne? Sehr gut, ja? Ey, der Konrad, dein, dein... Was ist das für eine Tür? Achso, ist auch dieses... Naja, Boreal, ne? Boreal. Boah, das sieht ja mega geil aus. Alter, Spiel ist lahmarschig, Alter. Ist das so... Geiles Holz haben. Es leckt, also es ist nicht... Ach, hier ist was. Low Framerate ist das einfach nur lahmarschig. So slow-mo. Jetzt ist es wieder... Jetzt ist es schnell. Uh, uh. Ich angle mal. Es ist so geil, Alter. Jetzt ist es wieder lahmarschig. Jona, zieht der... Wenn ich angle, zieht der es automatisch raus, oder? Muss ich auch irgendwas machen? Boah, hast du einen Köder? Ich hab nur eine angle, die hab ich ja reingehalten jetzt. Boah, hast du noch einen Köder dafür, ne? Steht auch dabei, aber... Ich werde euch retten... Ey, das ist so langsam, ne? Hab ich irgendwas mit den Kunden auf hier? Ne. Aber ich mein, Terraria ist ja nun wirklich nicht anspruchsvoll. Und wo hast du die... Also Schneewege oben bei meiner Nähe, ne? Achso, ja. Alter, ist das langsam. Ich hab so einen richtig krassen Pilz gefunden. Kann man sich eigentlich auch nur einmal machen oder so, dass man sich das Wasser mitnehmen kann? Und tschüss. So. Wann ich wiederkomme ist ungewiss. Ich glaube ich. Wer ist denn hier im Wasser gestorben? Ich glaube ich. Ich sterbe auch gleich im Wasser, weil irgendein Typ das so um den Zug geboren hat. Das war glaube ich auch ich, ja. Oh, du ja. Alter, das war knapp. So, ich starte Terraria mal fix neu. Fixi Foxi. Ich will jetzt auch dieses coole Holz haben. Das sieht ja mega cool aus. Ah, ich assi, ey. Ja, das können nun mal nicht alle Leute cooles Holz haben, ne? Kann man eigentlich sprinten? Ich glaube nicht, nicht, dass du wüsstest. Oh, scheiße, ist denn jetzt schon. Hallo Terraria. Ah, das dauert, wie soll das fünf Stunden zu starten, ey? Das ist doch anspruchsvoll. Das... Ah, fuck. Das denkst du, dass es nicht anspruchsvoll ist? Wahrscheinlich ist es mit Java-Programm wie das erklärt alles. Oh, ich weiß nicht, das ist doch... Ich hab wieder... Ich hab wieder... Ich hab wieder... Kona ist beigetreten. Das steht bei euch auch immer, Hallihallo, Hallöchen, ja, ne? Ja. Jetzt hab ich so eingestellt. Ich hab's so eingestellt, ich fuchs. Ruben, spielst du eigentlich mit oder willst du da nur, willst du nur tun? Also Terra, ja, macht mir keinen Spaß und ich versuche einfach, leise sein beim Battlefield-Spielen. Ja, okay. Okay, viel Spaß dabei. Ja. Zinnerz, was bringt mir denn Zinn? Zinn, ich bin Zinn, ich bin Zinn. Ich darf nicht fluchen, auch wenn so ein Fick da, schnell mal, direkt in die Frise. Oh, das wollte ich gar nicht machen, ich wollte dich gar nicht töten. Ja? So. Zack und bumm und zack und Hört ihr auch die Ente? Oh, wie süß! Oh, die Ente! Hast du gekötet? Nein, der Slime einfach ganz knorrentrocken tot und da fliegt ihr erstmal mit ihren drei Einzelteilen gegen meine Hauswand gegen. Traumhaft, jetzt ist sie die Spawn, die Einzelteile. Super. Ich finde es auch dieses coole Holz holen, ja? Aber nicht meine Bäume. Bitte. Halbzache, du fängst fest nicht meine Bäume an, du! Genau. Schmierfing! Sind das hier schon die anderen Bäume? Also alle, alle Sesslinge, die vor dem Wasser sind, das sind meine. Ich hab gar kein Wasser gesehen. Alles meins! Klar, du musst auch, ganz am Anfang ist Wasser. Okay, ist das Dschungel? Hä? Ist doch Dschungelholz. Sag, wo bist du denn überhaupt Junge? Tagesblumensaat. Was ist Tagesblumensaat? Du bist noch nicht weit genug. Bist du noch neben dem Schneebiom, mein Freundchen? Ja, deswegen, ich bin gerade verwirrt. Scheiße. Da unten ist irgendeine Vase. Scheiße. Und hier ist Zinnerts? Wo wir jetzt wirklich nicht kommen. Nee, nee, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Also, keine Ahnung. Was machte dir denn da rein keinen Spaß? Ich finde das mega geil. Ich war auch erst irgendwie so skeptisch gegenüber Terraria, aber... Skeptisch. Skeptisch. Ja, mal gucken, wie lange ich das hier durchhalte. Momentan ist lustig. Ich bin richtig weit in die Tiefe gefallen. Brauche ich eine Fackel, brauche ich eine Fackel, brauche ich eine Fackel, brauche ich eine Fackel. Scheiße, ich werde sterben, 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 ich werde sterben. Ich habe sie nicht nur im Spiel, ich habe sie auch nicht mehr zerbaut. Ahaha. So, bumm und zack und... Oh Gott, das ist nervig. Komm. Oh ja. Also, die Musik ist ja gut, aber... Da sind die Liedergeleim hinterher, ja. Das ist die ganze Zeit, wenn diese eine Musik läuft. Ich habe einen Trank, komm, schwacher Halt. Warte, ich habe die Schnauze vor, ich mache jetzt hier die Musik aus. Oh, ich meine, ich mache meine eigene Musik jetzt an, hier. So, Musikboard, hau ab. Es gibt einen pinken Mini-Slime, der hat übel viel Leben. Ja, den kenne ich noch. Der heißt auch Pinky, glaube ich. Ja, der heißt Pinky. So. Schöne Minecraft-Playlist, dann läuft der Stissel hier wieder. Was, was ist gerade passiert? So, Herbert, ich glaube, ich muss mal zu dir kommen, because my holz ist alle. Ich suche auch das Holz, also, naja. Wazwuchst du denn? Du musst immer ein bisschen mit Schneemio umgehen. Nee, ich bin gerade noch, äh... Ich habe gerade in der Hürde gegen dieses Pinky-Ding. Ich habe gerade richtig krasses Vieh gefunden, irgendwie. Ihr bist noch, Johanna, ja, ne? Du wirst nicht gestorben haben, ne? Ja, ich bin ja auch Überlebenskünstler in diesem Spiel. Krass. Ich gehe selbst zu euch, kann ich ja was. Habe gekillt. Oh, ich kriege so ein Achievement dafür, krass. Achievement. Achievement. Ich flippe aus. Ich kann man sich... Da kann man sich irgendwie Portale setzen oder sowas, ne? Ich habe seine, seine, seine gefunden. Guck mal. Kann man sich irgendwie von, schnell von A nach B teleportieren? Okay, ist ein Leben. Hallo? Was, was denn, was denn? Ich bin gerade sehr konzentriert mit ihm nicht lernen. Ob man sich... Okay. Gironimo. Was denn? Ja, diese Wurmloch-Tranke. Ob man sich schnell von A nach B teleportieren kann, habe ich gefragt. Ja, kann man Teleportationstränke und... oder Spiegel. Ja, Wurmloch-Tranke. Hey. Oh, da ist ein Pinguin. Ja, deine Bäume sind noch nicht gewachsen. Ja, weil ich war da ja auch gerade erst. Ich brauche mal dringend eine neue Rüstung Eiser. Ich bin so was von... Oh, wie ist der Pinguin süß. Kann man hier Zeben oder so oder die in einem Zoo halten oder so? Ich bin so ein dummer Lappen. Wird Nacht, ne? Ja, und? Ich bin so dumm. Ich bin so blöd. Geist! Huh? Ja, danke.